Mein Name ist Hayrola Göksu. Die, die uns noch nicht kennen, ich möchte uns kurz vorstellen. Wir sind ein Automobilhandel in der zweiten Generation. Wir haben junge gebrauchte sportliche Fahrzeuge. Wir haben neue Wohnmobile, sowohl als auch junge gebrauchte Wohnmobile. Wir haben eine eigene Werkstatt, wo Karosseriearbeiten für Versicherungen durchgeführt werden, auch für Privatpersonen natürlich. Falls du ein sportliches Fahrzeug suchst, kannst du uns gerne besuchen kommen, wie beispielsweise der Porsche GT3, einen CLS 400 Diesel, einen Audi R8 bietet man natürlich auch an. Wir haben diese Woche natürlich weitere Fahrzeuge reingekriegt, wie der Audi S6 oder der Hyundai i30N Performance. Dann haben wir wieder einen Audi S6 reingekriegt, einen Q7 3 Liter TDI als Siebensitzer und einen Audi S4 Avant neu reingekriegt. Also die Auswahl ist groß. Es kommen auch immer wieder neue Fahrzeuge neu im Bestand rein. Der Weg zu uns nach Mülheim an der Ruhr lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst dein Wunschfahrzeug gerne bei uns finanzieren. Du kannst dein altes Fahrzeug gerne bei uns als Entzahlungnahme abgeben. Wir bieten den ersten Service euch an und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann schau bitte bei uns vorbei.